Mein Name ist Spindler Georg, ich arbeite zurzeit in der Lansing AG im Bereich Business Development und bin dort für die technischen Anwendungen, für die Strategie und das Business Analytics Thema zuständig. Das, was ich an IPM am meisten schätze, ist klar die Interdisziplinarität, gefahrt mit einer starken sozialen Kompetenz und dem IPM-Spirit, der im Studium vermittelt wird. Der hilft mir im täglichen Leben zwischen den verschiedensten Abteilungen aus der Technik, aus der Entwicklung, aus dem Group Management, dem Vertrieb und nicht zu vergessen am Ende des Tages auch den Kunden meine tägliche Arbeit zu erfüllen und Benefit in die Firma zu bringen.